hallo meine freunde recht herzlich willkommen an diesem sonntag mit diesem neuen video mal abseits von geklauten formaten und geklauten video themen meiner meinung nach mal wieder was frisches heute geht es um bruce willis und es geht nicht nur um bruce willis und um die filme die ich so in der sammlung habe und die ich gut finde nein wir fallen mal direkt mit der tür ins haus habt ihr die letzten tage die letzten wochen die gerüchte rund um bruce willis mitbekommen ja oder nein haut es mal in die kommentare bruce willis soll an demenz erkrankt sein und es droht das karriereende bzw die eine oder andere seite schreibt sogar schon dass bruce willis aufgrund der demenz die karriere beendet hat ich habe da jetzt zwei drei quellen dazu gefunden im internet wobei sich die wiederum auf eine quelle beziehen ich weiß jetzt nicht ob da was dran ist der gute bruce willis man muss ihn ja jetzt nicht großartig weiter vorstellen ende der 80er oder mitte der 80er bis in die 90er ende der 90er der actionstar einer der actionstars muss man sagen und es ist ja immer was ganz besonderes wenn hollywood schauspieler in deutschland geboren ist zumindest für mich sieht man ja nicht immer bei bruce willis war das 1955 der fall der wurde in ida oberstein geboren als sohn eines us-soldaten und einer deutschen frau die sind dann zwei jahre später nach amerika ausgewandert und während der schulzeit da hat er glaube ich an stottern gelitten und im rahmen einer therapie gab es dann glaube ich schauspielunterricht oder theater irgend so war es und auf jeden fall kam er dadurch dann zur schauspielerei und hatte dann seinen ersten großen durchbruch hier mit der guten serie moon lightning das model und der schnüffler habe ich hier noch so eine alte dvd box aus dem ausland die ist schon ziemlich ramponiert innen und außen aber die pflege ich hege ich und pflege ich weil ja es ist die komplette serie enthalten aber ich glaube nicht komplett deutsch ich glaube eine staffel ist auf englisch wenn ich mich nicht irre aber die gibt es halt so nicht mehr zu kaufen und deswegen wird die auch immer in der sammlung bleiben mit sei bill shepherd unter anderem die die hauptrolle hatte bruce willis hatte dann nur die nebenrolle weswegen es da auch gegen ende streit gab tor mal zur seite legen aber wir kommen noch mal auf die demenz zurück es soll halt der fall sein ihr wisst was demenz ist man man vergisst einfach sachen man kann sich an nichts mehr erinnern teilweise je nachdem wie schlimm es ausgeprägt ist er soll also die gerüchte bis jetzt sind es ja nur gerüchte weil man liest derzeit gerade gerüchterweise soll er schon seit sehr sehr langer zeit in seinen filmen also meistens diese c movies b movies die da mal kurz zu sehen ist mit knopf im ohr arbeiten in dem er praktisch die zeilen aus dem drehbuch vorgesprochen bekommt weil er sich halt teilweise da scheinbar nicht mehr daran erinnern soll angeblich es wird davon berichtet dass sehr sehr schwer ist mit ihm zu arbeiten aufgrund dieser angeblichen demenz und das wohl auch darauf zurückgegriffen wird dass in szenen wo nicht sein gesicht zu sehen ist nur noch wie nennt man das body dubles eingesetzt werden sollen angeblich eine seite hat auch behauptet ja er würde diese ganzen b und c movies nur noch drehen um irgendwie eine behandlung zu bezahlen das halte ich allerdings jetzt ein bisschen weiter geholt ich meine der mann soll ungefähr 250 millionen reich sein oder oder schwer sein macht man ja kann ich mir jetzt nicht vorstellen dass er sich da keine behandlung erlauben könnte oder leisten könnte außer er hat das ganze geld irgendwie verkloppt aber wenn man sagt er soll 250 millionen schwer sein dann müsste er die 250 millionen haben ist eine traurige geschichte also wie gesagt ich weiß nicht ob es stimmt dass er die karriere beendet ich glaube allein für dieses jahr sind noch dutzend filme angekündigt also würde ich jetzt mal nicht davon ausgehen dass die karriere beendet ist könnte mir allerdings aber auch vorstellen dass da was dran ist es gab dann auch eine eine quelle irgendein regisseur der das angeblich bestätigt hätte bei seinen letzten film mit bruce willis hätte er das auch so wahrgenommen und ein kameramann oder wer es war da wirklich noch ein knopf im ohr arbeiten würde das nötigste runterspulen würde und mehr wird halt nicht gehen ich bin mal gespannt ob es dazu noch informationen gebe ich sag's mal jetzt ganz böse wenn er jetzt die karriere beenden müsste ist natürlich immer noch was anderes als wenn er es freiwillig macht aber die letzten filme waren halt wirklich schlecht mit bruce willis man hat ja gesagt er macht für geld alles warum und weshalb das so ist keine ahnung wir wollen jetzt mal an die ja meist glorreiche zeit zurückdenken und ich würde immer behaupten hier auf dem stapel bruce willis filme die ich jetzt gleich zeigen werde ein bisschen kurz ansprechen werde da kann man die karriere gut miterleben also ich habe irgendwann früher habe ich alles von bruce willis gefühlt gekauft irgendwann habe ich dann aufgehört da wurden die filme schlechter und der platz weniger viele gurken habe ich auf dvd oder gucken ist jetzt übertrieben es sind ein paar gurken dabei die etwas besseren und bekannteren filme habe ich auf blu-ray disk bevor wir zu den einzelnen filmen kommen kann ich das mal kurz in die kamera halten das ist so ein altes dvd box set da ist blind date drauf hat zum hork sunset dämmerung in hollywood drehen der sonne tödlich gedanken und tödliche nähe aus einer signatur reihe nennt man das habe ich auch schon ewig in der sammlung habe ich auch bis jetzt immer aufgehoben und dann gab es ja auch noch hier diese blu-ray kollektion vor einiger zeit mit 12 monkeys alpha dog code light of day inside hollywood looper und der schakal code light of day ist auch wieder so ein film naja kann man sich sparen alpha dog war jetzt nicht unbedingt schlechter film auch hier hat er nur eine kleinere rolle gehabt drive monkeys guter film aus der glorreichen zeit lupa war jetzt eigentlich auch nicht so verkehrt und den schakal persönlich finde ich immer noch ganz gut heutzutage inside hollywood ist so naja war nicht so mein fall ich kann ja immer nur von mir sprechen dann habe ich hier noch so eine alte sind sie die dvd blechbox die habe ich auch schon ewig in der sammlung immer aufgehoben weil die mir immer ziemlich cool gefallen hat mit dieser prägung vorne drauf sind sie die war natürlich allgemein guter film auch die rolle die er dort hatte konnte man ihn durchaus abnehmen und hatte glaube ich damals auch noch mal für so ein neues hoch glaube ich gesorgt wenn ich mich richtig erinnere dann haben wir von an breakable das die book das import die book das hatte ich mir damals noch geholt ich glaube denen den neuen film den also klas den habe ich glaube ich nicht in der sammlung bei klas soll das übrigens auch schon extrem gewesen sein mit der demenz das mercury puzzle war eigentlich auch nicht schlecht aber er so für mich persönlich so ein mittelding also durchschnittlicher film wobei früher muss man echt sagen so in den 90ern ich guck gerade noch mal hinten drauf 2010 aber von 2010 ist ja der film nicht die disk ist wahrscheinlich von 2010 1998 genau in den 90ern waren meistens selbst die durchschnittsfilme mit bruce willis unterhaltsam eine kleinere holle rolle hatte ein lucky number seven der film war okay aber auch hier hat er hat nur eine kleinere rolle gehabt die zwei red filme die kennt ihr auch die waren im gesamtpaket auch okay aber es sind jetzt alles nicht mehr so filme die ich mir heutzutage geben müsste rein theoretisch könnte ich die auch aus der sammlung schmeißen ab und zu mal legal stream das wird mir auch reichen ja sind sie die zwei war dann halt auch nur noch so ein aufguss den fand ich persönlich auch gar nicht mehr so gut wie den ersten teil ebenso gleiches spiel mit seiner rolle in die show beziehungsweise die show 2 aber jetzt kommen wir natürlich auch zu ein paar klassiker film die hart 1 da habe ich immer noch so eine import version seit ewigkeiten im regal stellen stehen wobei ich bin mir gar nicht sicher ich glaube eine 4k habe ich auch irgendwo mal gehabt ja noch vor nicht allzu langer zeit hatte ich euch ja hier das 12 monkeys media book vorgestellt unboxing ist natürlich noch auf meinem kanal wer sich das nachträglich noch mal anschauen möchte 12 monkeys wie gesagt gefällt mir immer besser früher hat mir der gar nicht mal so gut gefallen aber mit der zeit werden ja manche film auch immer ein bisschen interessanter so dann haben wir hier noch ein etwas mitgenommenes altes armageddon steelbook blu-gray natürlich import mit deutschem ton armageddon super film super action spektakel auch wenn da ein bisschen die viel auf die drehendrüse dann gedrückt wird aber allein der soundtrack und so super da haben wir hier noch so ein altes self-made last boy scout steelbook last boy scout ist finde ich einen der besten action filme mit bruce willis der macht richtig richtig spaß gerade die erste helfe des films mit diesen ganzen dissereien und den sprüchen da gegenseitig sehr geil oft unterschätzt finde ich auch last man standing auch ein sehr toller film reboot vom reboot vom reboot ein remake vom remake vom remake oder sagt man doch eher eine reboot ist ja was anderes remake vom remake vom remake vor uns ja okay der film ist okay wobei ich die paar die die story mit bruce willis da er noch einer der schwächeren von den vorhandenen finde muss mal gucken dass jeder stapel nicht zu hoch wird planet terror natürlich ankert interessanter film bruce willis rolle hier allerdings auch eher etwas kleiner gehalten banditen den fand ich damals im kino recht gut allgemein ist er auch nicht schlecht aber hat mit der zeit auch so eher ein bisschen nachgelassen mit mehreren leuten den film zu gucken finde ich bei diesem film auf jeden fall empfehlenswerter als wenn man ihn alleine schaut dann haben wir hier noch ein klassiker den guten alten hatzenhawk der wird hier noch ziemlich zerrissen damals hat er echt spaß gemacht den habe ich auch lange nicht mehr gesehen den hatzenhawk wie gesagt allgemein hat er auf der einen seite seine seiner fanbase sage ich mal aber filmig gesehen wurde er doch schon ziemlich auseinander genommen sondern haben wir hier natürlich noch stirbt langsam 234 und 5 alles importe teil 4 ist kein teil 4 und 5 sind keine importe mein lieblings stirbt langsam film ist der ja meist gehasste irgendwie teil 3 weil er ja in der deutschen version eine andere synchro stimme bekommen hatte ich finde teil 3 aber einfach am besten das ist ich weiß es nicht ob es der erste stirbt langsam film gesehen ist stirbt langsam film war den ich gesehen hatte ich weiß wir hatten damals in der schule mal geschaut ab 16 ich weiß aber nicht ob wir da schon 16 waren da war ich sehr begeistert muss aber auch sagen die letzten zwei filme also teil 4 und 5 gab doch nur fünf oder also irgendwann hat es keinen spaß mehr gemacht also teil 4 konnte man mit abstrichen noch ein bisschen ertragen aber eigentlich auch nur in dieser da gab es auch so eine extra wie hieß denn die da gab es auch noch so eine extra version von teil 4 ich glaube die war nur in der in der stirbt langsam box drin mit ein paar mehr cgi effekten und so aber die die teil 4 und 5 fand ich persönlich hat mir nicht mehr wirklich gefallen es war eigentlich schon fast zu soft für stirbt langsam lange beine kurze lügen kann ich mich nur noch ganz 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 wenig daran erinnern aber ich glaube hier hatte er auch so eine kleine kleinere rolle nur den guten plus also ihr seht schon man hat auch jetzt die ganzen filme dabei gerade jetzt wenn die dvds kommen man hat sie halt gekauft schatten seiten des sammelns schaut euch das video gerne noch mal an die komplementierung man hat dann halt einfach alles gekauft wo der schauspieler mitgespielt hat und wenn man dann halt pech hatte und sowas mit nicolas cage angefangen hat oder mit bruce willis dann sammelt man heute noch und hat wahrscheinlich 1000 filmen nur mit den beiden bei nicolas cage habe ich auch irgendwann aufgehört sure gates mein zweites ich ja da war die qualität schon etwas weiter unten wenn man seine ansprüche runter schraubt war der dann gar nicht mal so verkehrt ein klassiker ist natürlich der tod steht ihr gut aber ihr seht schon ich habe auch viele filme noch original verschweißt weil man die dinge halt einfach auf den bekannten bei den bekannten streaming anbietern halt einfach stream kann und dann macht man den streamern werden man die dvd oder blu im regal hat ist das so hostage entführt habe ich hier noch weil ich eigentlich dachte ich hätte ihn auch mal auf blu-ray gehabt aber jetzt kommen nur noch dvds deswegen keine ahnung okay in den film habe ich ehrlich gesagt muss ich sagen noch nicht gesehen buddy the world sieht so romanz mäßig aus komplettierung ich schiebe alles auf die komplettierung ich habe ihn noch nicht gesehen vielleicht werde ich ihn auch nicht sehen 16 blocks war damals noch ganz interessant wobei ich mich damals echt schwer getan habe bruce willis mit schnauzer zu akzeptieren die zwei filme waren noch ganz okay vor allem teil 1 keine halben sachen hier war bruce willis so eine art mafia boss war in einer etwas anderen rolle war aber auch ganz unterhaltsam natürlich haben wir hier noch guckt euch das mal an die gute alte dvd von six cents super film aber wenn man halt weiß um was es geht um wie er ausgeht reizt es ein wenig den film noch mal zu gucken ich hatte dann glaube ich auf ein zweites mal noch geguckt um dann halt so zu gucken auf bestimmte szenen und so weiter aber ich habe mich nicht dazu durchreden können nach all den jahren mir da irgendwie eine plurie geschweige denn das media book dazu holen aber wieder gut dass sie nun manuell ja in seinem unboxing video gezeigt hat kann man da wahrscheinlich auch die finger lassen von dem media book was die qualität angeht cop out der war okay er war okay wenn man auf so eine art humor steht wie hieß er hier doch mal sean william scott spielt ja hier auch noch mitnehmen tracy morgan und bruce willis war okay der film aber halt niveau ziemlich runterschrauben das ist eigentlich noch ein klassiker bruce willis und jane march color of night original verschweißt noch das das war damals so ein richtiger skandal film aus warum auch immer wahrscheinlich ja ich stimmt man konnte glaube ich den kleinen freund von bruce willis da sehen in dem film das war ja damals dann immer ein riesen aufruhr die dame ist auch nicht die damen ist mit anzusehen sagen wir es mal so so dann haben wir hier ein film moonrise kingdom der hat gute kritiken bekommen ich weiß aber jetzt ehrlicherweise gesagt noch gar nicht ob ich mit ihm überhaupt mal angesehen hatte weil ich habe mir den auch unter anderem gekauft ich muss mir den mal anschauen noch mal weil von rest andersen die filme sind entweder entweder man mag sie oder man mag sie nicht so ist es bei mir zumindest hier hat natürlich noch bill murray mitgespielt und edward norton die beiden fand ich ja damals eigentlich schon klasse und heute eigentlich immer noch im dreierpark ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich den angesehen hatte ich habe mir auch damals viele dvds noch so gebraucht gekauft auch hier so an deiner seite ich weiß nicht ob ich sowas jemals gucke es war halt auch damals so ihr kennt das vielleicht auch man hat so ein action darsteller zum beispiel auch bei stallone und so und auf einmal versuchen die so in ganz anderen rollen zu spielen bei stallone war es damals die comedy schiene die er fahren wollte was nicht so erfolgreich war bei bruce willis unter anderem auch so romanze da hat man den das einfach nicht abgenommen hat einfach gedacht der holt jeden moment zu irgendwie so eine empie raus und baller dann los oder man hat darauf gewartet besser gesagt so catch 44 muss man nichts drüber erzählen da hat das ganze schon angefangen oder war schon am laufen mit diesem komischen film haben ein jahr 2000 ach du meine güte ist 2011 es ist ja noch kleiner als klein geschrieben breakfast of champions bruce willis nick nollte augenbekannter film eigentlich aber ich bin mir nicht sicher ob ich den geschaut habe oder ob ich ihn zu uninteressant fand um mich daran zu erinnern kommen zu den letzten paar filmen die jetzt nicht unbedingt mit großartig mit highlights vollgestopft sind allerdings the kid fand ich damals recht gut auch so von der vom inhalt von der story her fand ich den ganz okay kannte ich mich nicht beschweren jetzt kommen allerdings so filme wie fire with fire ja lass mal brauche ich nicht mehr ach mit elijah wood stimmt north was war denn da seine rolle ich weiß gar nicht mehr was hier seine rolle hat ihr seht das schon wenn bruce willis nicht mal auf dem cover drauf ist dann hat er noch eine kleinere als kleinere rolle auch hier lady vegas da kann ich mich glaube ich noch ein bisschen dran erinnern war jetzt aber auch schon irgendwann war halt auch weg zu aus action als action hauptrolle damit expandat die expandat des film habe ich jetzt hier nicht mal mit reingenommen fällt mir gerade ein ich habe ja meine filme so also für den schauspielern die ich sammeln oder gesammelt habe habe ich ja die ganzen filme so in einer reihe wenn man jetzt allerdings so ein film expendables hat wo teilweise bruce willis anna schwarzenegger und stallone mitspielen da muss man halt für sich selbst entscheiden die größte hauptrolle von denen in dem regal steht so stehen die expandat des filmes bei mir natürlich bei stallone und nicht bei schwarzenegger oder willis ich habe jetzt auch nicht irgendwie miami weiß in dem regal stehen weil er mal in einer folge von miami weiß seine rolle hatte also ihr wisst schon worauf das hinausläuft wie das ganze sortiert ist ausnahmezustand weiß kein schlechter film aber was total anderes auch wieder was total nicht so viel mit bruce willis zu tun hatte auch der film mir bruce willis emily light zurück aus der hölle auch kaum eine erwähnung wert für meinen geschmack natürlich immer nur setup mit 50 cent und ryan phillip wird wahrscheinlich nie wieder im player landen das tribunal ja war okay war okay aber fsk 12 darf man jetzt nicht so viel erwarten und verführung einer fremden habe ich hier noch eine vermied dvd ist das mila kuhl ist sei ihm so aus man muss natürlich noch sagen von drehen der sonne nehmt euch den directors cut ist es glaube ich wenn er den irgendwie noch nicht der sammlung haben sollte der ist deutlich ja für den für den für hartgesotten aber sagen wir es mal ja das waren jetzt so im großen ganzen alle bruce willis filme die ich in meiner bruce willis filmreihe stehen habe wie gesagt die hälfte davon sind klassiker sozusagen die das genre teilweise auch geprägt haben zu ihrer zeit viele davon hat man schon gesehen als es dann angefangen hat dass er andere rollen mit b darstellern oder so angenommen hatte die qualität qualität der filme war ist dann auch nicht mehr so sehr hoch gewesen und das war dann halt auch für mich persönlichen punkt wo ich gesagt habe es ist jetzt vorbei mit dem kompletieren es macht keinen sinn sich jetzt sehen film zu kaufen nur weil der schauspieler damit spielt die filme müssen einem gefallen jetzt mal abgesehen wer damit spielt ich habe viel zu viele filme in den regalen ständig mir einfach nur aus kompletierungsgründen gekauft habe die ich aber letztendlich gar nicht gut finde die schauspieler bringen heutzutage auch nicht mehr unbedingt die leistung die sie mal früher gebracht haben es gibt da natürlich immer noch leute da kann man sagen okay wenn der mitspielt dann wird der film auf jeden fall immer durchschnitt sein aber auf jeden fall nicht schlecht im besten fall sogar top aber ich finde bruce willis gehörte einfach nicht mehr dazu leider es ist jetzt natürlich auch die frage wie gesagt hat er demenz ja oder nein wenn ja macht er weiter wie macht er weiter wird er überhaupt noch gebucht das ganze ist ja dann auch für die produzenten anstrengend wenn man ihm da alles vorschwätzen muss und dubeln muss und zurechtschneiden muss also ich bin gespannt ich versuche auf jeden fall mal bei dem thema dran zu bleiben um da weitere neuigkeiten aufschnappen zu können ansonsten tut euch keinen zwang an alles was ihr zu bruce willis zu sagen habt haut ihr unten in die kommentare rein ich bin gespannt wie ihr bruce willis so seht beziehungsweise gesehen habt und wir wie ihr es heute seht soll er halt einfach so weitermachen jeder macht sein ding oder sagt er hat man schadet nur seiner karriere seinem 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 bild was man sich seiner was man sich aufgebaut hat seinem ruf als als weltstar als actionstar das geht es als den bach runter wenn man jetzt in einer produktion nach der anderen mitspielt 250 millionen angeblich hat der hat sie eigentlich nicht nötig außer er verbraucht pro monat zehn millionen oder so wäre natürlich schade auf der einen seite wie gesagt wenn man die karriere beenden müsste wegen demenz aber wenn wenn es so ist dann dann ist es halt so es ist ja jetzt nicht so dass auf seinem karrierehöhepunkt abtreten muss wegen sowas wie gesagt die kurve geht ja eigentlich stein nach unten für meine also nach meiner persönlichen meinung dann ist es vielleicht halt auch irgendwann besser wenn man einfach mal einen schlussstrich zieht den werde ich jetzt auch ziehen ich bedanke mich auf jeden fall dass ihr euch das video hier angeschaut habt und wir sehen uns dann in einem der nächsten videos könnten neu zugänge werden macht's gut ciao ciao